Die Erwartungen von unserer Seite waren einfach die, dass wir der Meinung waren, und das war letzten Endes auch richtig, selbst wenn der Austausch nicht sehr lebhaft sein würde, sondern wir doch zu dieser deutschen Stadt Leipzig irgendwie ein Verhältnis bekommen. Also uns kam es darauf an, dass man nach einer sehr langen Zeit, ich meine, der Mauerbau war, wie ist das, 87, 63, also 24, 25 Jahre war der Herr, man war sehr weit auseinander gedriftet. Das mit dem Driften stimmt gar nicht, denn wir sind nicht getrieben, sondern von beiden Regierungen, speziell von der Ostberliner Regierung war es eine Politik, jeweils ein Gegenmodell zu schaffen.